Roulette Internet Casino Kesselgucker in 5 Casinos live in action Selk Kenzi Selzank Kenzi Autor de Selzank Kenzi Werte Gamper, nun zeige ich Ihnen zur Demonstration, obwohl ich mit echtem Geld spiele, wie man mit unserem Software Internet Casino Kesselgucker gleich in 5 Casinos auf einmal live spielen und gewinnen kann. Ich habe es bereits getan und alles per Video aufgezeichnet. Sehen Sie also sich dieses Video genau an, auf dem Video sind die 5 Filme der 5 Casinos. Und hören Sie im Hintergrund, wie der Kesselgucker seine Ansage macht, in welches Fach die Kugel fallen wird. Sie können den Multi-Kesselgucker aus unserer Software benutzen, wenn Sie gleichzeitig in mehreren Casinos spielen wollen. Ich sage aber, es ist sehr stressig, weil Sie gleichzeitig in den Casinos auch noch den Satz machen müssen. Und sehen Sie im Casino 1 ruft der Kesselgucker, auf die 26 Sätzen. Und Sie sehen, die 26 fällt auch. Für Casino 2 ruft der Kesselgucker, auf 28 Sätzen. Und auch hier fällt dann tatsächlich die 28, wie Sie sehen. Für Casino 3 ruft der Kesselgucker, ich soll auf 7 Sätzen, und die 7 kommt, wie Sie im Video sehen. Für Casino 4 ruft der Kesselgucker, auf die 4 Sätzen, und die 4 kommt. Für Casino Nummer 5 kommt keine Ansage, da der Kesselgucker die Übertragung nicht lesen konnte. Ich habe natürlich, wie auf dem Video ersichtlich, auch noch schnell gesetzt und innerhalb von nur 2 Minuten 4 mal 36 Stücke gewonnen. Schauen Sie sich das Video genau an, es ist unbedingt wichtig, wenn Sie Multi spielen, dass Sie den Kameraring auf den Kessel exakt positionieren, damit der Kesselgucker das auslesen kann, wenn sich der Kessel und die Kugel dreht. Das war's. Seltsank Kenzi Rulete Internet Casino Kesselgucker in 5 Casinos live in Action Seltsank Kenzi Seltsank Kenzi Autor de Seltsank Kenzi Gerte Gamper, nun zeige ich Ihnen zur Demonstration, obwohl ich mit echtem Geld spiele, wie man mit unserem Software Internet Casino Kesselgucker gleich in 5 Casinos auf einmal live spielen und gewinnen kann. Ich habe es bereits getan und alles per Video aufgezeichnet. Sehen Sie also sich dieses Video genau an, auf dem Video sind die 5 Filme der 5 Casinos. Und hören Sie im Hintergrund, wie der Kesselgucker seine Ansage macht, in welches Fach die Kugel fallen wird. Sie können den Multi-Kesselgucker aus unserer Software benutzen, wenn Sie gleichzeitig in mehreren Casinos spielen wollen. Ich sage aber, es ist sehr stressig, weil Sie gleichzeitig in den Casinos auch noch den Satz machen müssen. Und sehen Sie im Casino 1 ruft der Kesselgucker auf die 26 Sätzen, und Sie sehen, die 26 fällt auch. Für Casino 2 ruft der Kesselgucker auf die 28 Sätzen, und auch hier fällt dann tatsächlich die 28, wie Sie sehen. Für Casino 3 ruft der Kesselgucker, ich soll auf 7 Sätzen, und die 7 kommt, wie Sie im Video sehen. Für Casino 4 ruft der Kesselgucker, auf die 4 Sätzen, und die 4 kommt. Für Casino Nummer 5 kommt keine Ansage, da der Kesselgucker die Übertragung nicht lesen konnte. Ich habe natürlich, wie auf dem Video ersichtlich, auch noch schnell gesetzt und innerhalb von nur 2 Minuten 4 mal 36 Stücke gewonnen. Schauen Sie sich das Video genau an, es ist unbedingt wichtig, wenn Sie Multi spielen, dass Sie den Kameraring auf den Kessel exakt positionieren, damit der Kesselgucker das auslesen kann, wenn sich der Kessel und die Kugel dreht. Das war's. Seltsank Kenzi Rulete Internet Casino Kesselgucker in 5 Casinos live in Action Seltsank Kenzi Seltsank Kenzi Autor de Seltsank Kenzi Gerte Gamper, nun zeige ich Ihnen zur Demonstration, obwohl ich mit echtem Geld spiele, wie man mit unserem Software Internet Casino Kesselgucker gleich in 5 Casinos auf einmal live spielen und gewinnen kann. Ich habe es bereits getan und alles per Video aufgezeichnet. Sehen Sie also sich dieses Video genau an, auf dem Video sind die 5 Filme der 5 Casinos. Und hören Sie im Hintergrund, wie der Kesselgucker seine Ansage macht, in welches Fach die Kugel fallen wird. Sie können den Multi Kesselgucker aus unserer Software benutzen, wenn Sie gleichzeitig in mehreren Casinos spielen wollen. Ich sage aber, es ist sehr stressig, weil Sie gleichzeitig in den Casinos auch noch den Satz machen müssen. Und sehen Sie im Casino 1 ruft der Kesselgucker, auf die 26 Sätzen, und Sie sehen, die 26 fällt auch. Für Casino 2 ruft der Kesselgucker, auf 28 Sätzen, und auch hier fällt dann tatsächlich die 28, wie Sie sehen. Für Casino 3 ruft der Kesselgucker, ich soll auf 7 Sätzen, und die 7 kommt, wie Sie im Video sehen. Für Casino 4 ruft der Kesselgucker, auf die 4 Sätzen, und die 4 kommt. Für Casino Nummer 5 kommt keine Ansage, da der Kesselgucker die Übertragung nicht lesen konnte. Ich habe natürlich, wie auf dem Video ersichtlich, auch noch schnell gesetzt und innerhalb von nur 2 Minuten 4 mal 36 Stücke gewonnen. Schauen Sie sich das Video genau an, es ist unbedingt wichtig, wenn Sie Multi spielen, dass Sie den Kamierering auf dem Kessel exakt positionieren, damit der Kesselgucker das auslesen kann, wenn sich der Kessel und die Kugel dreht. Das war's. Seltsank Kenzi Roulette Internet Casino Kesselgucker in 5 Casinos live in Action Seltsank Kenzi Seltsank Kenzi Autor de Seltsank Kenzi Gerte Gamper, nun zeige ich Ihnen zur Demonstration, obwohl ich mit echtem Geld spiele, wie man mit unserem Software Internet Casino Kesselgucker gleich in 5 Casinos auf einmal live spielen und gewinnen kann. Ich habe es bereits getan und alles per Video aufgezeichnet. Sehen Sie also sich dieses Video genau an, auf dem Video sind die 5 Filme der 5 Casinos. Und hören Sie im Hintergrund, wie der Kesselgucker seine Ansage macht, in welches Fach die Kugel fallen wird. Sie können den Multi-Kesselgucker aus unserer Software benutzen, wenn Sie gleichzeitig in mehreren Casinos spielen wollen. Ich sage aber, es ist sehr stressig, weil Sie gleichzeitig in den Casinos auch noch den Satz machen müssen. Und sehen Sie im Casino 1 ruft der Kesselgucker, auf die 26 Sätzen, und Sie sehen, die 26 fällt auch. Für Casino 2 ruft der Kesselgucker, auf 28 Sätzen, und auch hier fällt dann tatsächlich die 28, wie Sie sehen. Für Casino 3 ruft der Kesselgucker, ich soll auf 7 Sätzen, und die 7 kommt, wie Sie im Video sehen. Für Casino 4 ruft der Kesselgucker, auf die 4 Sätzen, und die 4 kommt. Für Casino Nummer 5 kommt keine Ansage, da der Kesselgucker die Übertragung nicht lesen konnte. Ich habe natürlich, wie auf dem Video ersichtlich, auch noch schnell gesetzt und innerhalb von nur 2 Minuten 4 mal 36 Stücke gewonnen. Schauen Sie sich das Video genau an, es ist unbedingt wichtig, wenn Sie Multi spielen, dass Sie den Kamierering auf den Kessel exakt positionieren, damit der Kesselgucker das auslesen kann, wenn sich der Kessel und die Kugel dreht. Das war's. Seltsank kennt sie.